Ja Freunde, willkommen bei einer neuen Runde Robocraft und wir spielen heute nochmal Elimination Mode, weil das macht mega fun, das ist super taktisch. Oh, jetzt habe ich jetzt mal einen Schluck auf, ey, meine Güte. Das hat richtig Bock gemacht, Freunde, also ich kann mir eigentlich im Moment nichts geileres vorstellen, weil Team Deathmatch und dieses Capture the Flag haben wir ja auch gespielt. Ich glaube, das heißt nur ein bisschen anders, das ist auch ganz cool, aber so dieses, das ist halt einfach so mega taktisch, wenn man stirbt, dann ist man halt platt und das finde ich so geil an dem Elimination Mode. Das ist halt mega taktisch geprägt. Wir gucken mal kurz, wo der X-Striker herumgelaufen ist. Ah, der ist direkt vor uns. Weil zusammen haben wir ja letztes Mal in der letzten Folge ziemlich gutes Chaos eingerichtet, hat auch richtig fun gemacht. Diesmal müssen wir ein bisschen aufpassen. Schauen wir mal, wie lange wir diesmal durchhalten. Da hinten fliegt schon mal zum Beispiel was. So, Freunde, da hinten kommt auch eine Krabbe. Wieso habe ich sie nicht getroffen? Oh Mann, ey, ich schieße manchmal einfach in die Erde rein und da könnte ich immer platzen. Was macht er denn da, ey? Schubst er mich einfach, Freunde? Was soll das? Scheiße, ich muss mal schnell aufschreiben. Wie stehe ich auf, ey? Wie stehe ich denn auf, Freunde? Verdammt! Mann, wie komme ich denn hier auf die Beine? Hä? Hä, was ist denn heute los, ey? Nein, wieso? Das gibt's doch nicht. Ich kann schießen, aber was ist? Bringt mir das. Mann, wieso hilft mir keiner, ey? Help! Der will mir nicht helfen, der Sack, ey. Ich krieg die Krise. Mann, helft mir doch einer, ey. Ey, der muss mir doch irgendwie aufhelfen. Helf mir doch, ey. F, okay. Oh Mann, ey. Scheiße, F, ey. Hätte ich das gewusst? Naja, jetzt habe ich hier voll viel verpasst, ey. Mann, ey, das hat nichts gebracht, leider. Der verpisst sich nämlich ganz schnell wieder. Bah, wir haben ja den halben Kampf verpasst hier, Freunde. Der ist ja richtig dreckig. So, was ist denn hier für Wichser? Wow. Shit, ey. Ich muss hier irgendwie durchschalten. Jetzt habe ich mich hier echt in eine scheiß Situation begraben. Fuck, 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 ey. Das war nicht so schlau von mir, Freunde. So, fünf Sekunden noch. Okay, von hier kommt keiner. Mann, ey. Shit, wir müssen die oben, die scheiß Waffe oben bei dem abnehmen, ey. Was ist denn hier los? Wow. Guckt euch das mal an, ey. Was hat der denn für kranke Waffen? Wow. Ja, das war ja mal heftig, Leute. Was war das denn, ey? Müssen wir hier aufpassen, dass wir mal schnell repariert werden. Verdammt, ey. Jetzt schießen die alle hier wie bekloppt auf uns drauf. Verdammt. Was macht der denn da? Oh, jetzt haben wir eh keine Chance. Nein, ey. Oh, fuck, ey. Das war richtig dreckig. Das war ja eine dreckige Runde, ey. Ich gehe kaputt, ey. Nein, aber ja. Erstmal gescheitert, dass wir die halbe Runde gelegen haben. Da werden wir wahrscheinlich auch jetzt keine, beziehungsweise nur fucking behinderte Items kriegen. Ja, eine Waffe. Und nochmal ein Nahkampfding. Scheiße. Ja, nächstes Mal hoffen wir mal auf eine bessere Runde, Freunde. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jopik oder Cortana.